Die lustigsten Rainbow Friends Video, alle bei mir, heute und ich hab richtig Bock und falls ihr auch Bock habt, lasst ein Like da, wir gehen rein, Kuss, viel Spaß, let's go! Die ganzen Creator, die damit zu tun haben, findet ihr alle hier oben und Leute, ihr könnt natürlich die Kanäle mal auschecken, wir sind jetzt aber hier drin und es ist nur ein ganz normaler Schultrip, aber... Der verdammte Bus ist hier gerade schon on the road, oha, Moon ist direkt tot, was passiert hier? Und die werden da einfach reingezogen, Leute, mit den Kartons, da könnt ihr auch nix machen, ist so, ne? Okay, okay, oh Gott! Oh nein, Orange werde ich so ziehen, ciao! Und tschüss! Oha, es gibt ein neues Video, Luz, erster Freund Okay, das war jetzt irgendwie ein Kind, ich bin gespannt, boah, was ist das? Okay, ein ganz normaler Fieldtrip Oh, oh, oh Und drüber, wir wissen alle, wo das ist Das ist zu wild Okay, da kommt Blue Er hat ihn einfach durch die Wand geholt, Leute Green kommt und sagt, moin, was geht? Er ist blind, ne? Also wie kann er da rüber gucken? Oh, cool Orange kommt und macht sich da richtig was ins Nacken rein Er schwitzt richtig Und, hä? Habt ihr das gesehen? Wie? Damien Roblox, Digga, hau rein Zu wild Ähm Ich glaub, der ist weg Ciao, E Easy Easy Okay, was ist das denn? Er hat sich da unter dem Heu versteckt Smart-Ruf, Leute Und Blue ist einfach runtergefallen Ähm, okay Was ist das denn? Was macht der da? Du kannst die Weg verstecken Nach drei ordentlich Leute raus Okay Und Das ist so gut, Mann Hä? Wie soll der ihn hinter der Tür gesehen haben? Ja, mach's gut Oh nein, Blue Und der ist jetzt erstmal nur durch die Wand Was ist das denn hier? Seht ihr den Glitch? Äh, äh Was war das denn gerade, Leute? Den muss ich ausprobieren Ganz kurz mal Hashtag Glitch In die Kommentare Wenn ich den Bug mal ausprobieren soll Mit dem Server Ey, das sah ja wohl übel witzig aus, oder? Ich gucke mal weiter rein Okay Ähm, warum kann er das nicht einsammeln? Oh mein Gott Das wird mich so triggern, wenn die Nellverbindung abbricht Er schwitzt immer noch weiter rein Nicht schlecht Ähm, okay Green ist der schlimmste Orange aber noch schlimmer Und Die Energie war so stark, dass es halt abgebrochen hat Jetzt, äh, müssen die noch weiter reinschwitzen Es ist Nacht Ich glaub, da passiert brutal was Schlimmes Ähm, ähm Das ist so cool Tschüss Auch nicht schlecht Ey, Leute Wenn ich das so sehe, ne? Er ist der einzige, der noch überlebt hat Und er muss alle Batterien finden Oh Gott Wirklich alle Batterien gefunden Alleine Nice Was sieht jetzt? Er muss alleine durchziehen Schafft er das überhaupt? Oh mein Gott Ähm, mixt er da grad was nebenbei? Hahaha Okay Sieht so aus, als würde er es packen, Leute Er packt es Ich bin mir ganz sicher Hahaha My ears burn Hahaha Man kann Rainbow Friends eigentlich super witzig gestalten, ne? Wenn man da nur effektiv unterlegt Was ist das? Ey, bro, watch your video Ähm Okay Ey, wie gut das editiert ist, ne? Was ist das eigentlich für ein Typ? Ähm Habt ihr es gesehen? Das ist nicht meine Maus, Leute Das ist nicht meine Maus Ähm Euer Server Alles entspannt Das ist so gut editiert Ähm Tschau Boah, bei Blue musst du so aufpassen Der packt manchmal richtig extrem Und sind abgehauen Mr. Monkey Nein Nicht zum Eingang Und er ist weg Leute, man kann ihn zum Anfang holen Damit die anderen gegessen werden Die spawnen Was passiert jetzt mit Green? Okay Anscheinend werden die irgendwo reingezogen In irgendwelche Backrooms Ähm Hallo? Ich glaube, da stirbt gleich jemand Oh Gott Letztes Foodpack, Leute Letztes Foodpack Er gibt ab Orange kommt Und Es ist ein bisschen zu ruhig Weiter geht's Vorsichtig Und sie haben Das Ding wieder reingezimmt Ey, richtig gute Endes Jetzt sind sie im Dunkeln Was passiert? Wir gehen wieder zum Ende durch Wo ist der Partner? Wo ist der andere? Ja Na gut Was hab ich hier? Habt ihr das gesehen? Zu gut Okay Warum hat der Spongebob Komischen Kopf auf? Hä? Okay Ich versteh's noch nicht Aber es sind viele rausgeflogen Das war am Anfang so schlimm Es sind so viele rausgeflogen, Leute Was ist das denn? Hä? Digga, der hat mich gekillt, Leute Okay, okay Den müssen wir uns nochmal angucken, Digga Das war zu wild Das war zu wild Ey, geil, Mann Oh, Leute Das Video ist gut Ich bin ehrlich Der hat mich richtig hops genommen Hashtag reinigen in die Kommentare, Leute Wenn der euch hops genommen hat Okay Er versteckt sich hier unten Lu kommt Ähm Alles auch entspannt Okay Chillig Oha Alter, das war richtig knapp, glaube ich Lu ist auch direkt hier Und er geht Letzte Lampe ab Easy Und wieder geht der Generator In die Luft So hat sich das echt angefühlt Erstes Mal, als der Generator kaputt war Wie so eine Bombe Waffen ist hinter ihm Lauft, Jungs Und clean raus Sehr nice Na, da bin ich aber gespannt Was jetzt kommt Äh Der Bus Einfach die Klippe runtergefahren Zu nice Oh, Junge Hat der in sein Laptop rangebockst, ey Okay Ähm Das ist mir auch schon passiert Mit Green Leute Das war's auf jeden Fall Mit einem der lustigsten Rainbow Friends Videos Die ihr je gesehen habt Und falls ihr das gefeiert habt Lasst ein Like da Und vor allem Schallert ein Abo raus Checkt natürlich gerne die Creator aus Vom Anfang Und ja Ich freu mich Wenn ihr demnächst wieder am Start seid Kuss geht raus Dano out Das ist mir auch schon raus Ors Die